Mein absoluter Traum wäre natürlich für Manchester United zu spielen und ihnen zu helfen bei den Zielen, die Manchester United hat. Natürlich habe ich Gespräche geführt. Mit Jose Mourinho habe ich kein Problem. Wir hatten einen guten Austausch. Er hat mir seine Situation erklärt. Ich weiß die Interessen von Manchester United, wie die sind, aber ich weiß auch, was ich will. Man muss jetzt auch einfach abwarten, wie es im September, Oktober läuft, was sich ergibt. Aber es ist ein respektvoller Austausch zwischen den Parteien. Das ist mir immer ganz wichtig, aber ich werde sicherlich nicht aufhören, Fußball zu spielen.